Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Real Data Hero zur Präsentation, Einführung und Erläuterung meiner Analysen und Grafiken zu öffentlichen Daten rund um die Covid-19-Erkrankung, die ich in meinem Telegram-Kanal zum Download zur Verfügung stelle. In diesem Video der neuen Kategorie Statistikdetektiv will ich mich auf akribische Spurensuche begeben. Bei den regelmäßigen Evaluationen zu den Sterbefällen in Deutschland und den Bundesländern sind mir einige überraschende aktuelle Entwicklungen aufgefallen und ich will euch an den Ergebnissen meiner Analysen teilhaben lassen. Wie immer stelle ich die Materialien, insbesondere das PDF zu diesem Video, in meinem Telegram-Kanal zum Download zur Verfügung und ich lade euch ein, meinen YouTube- und meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Leider gelingt es mir bei diesem Dokument nicht, ein PDF mit funktionsfähigen Verlinkungen zu erzeugen, um zu den einzelnen Bundesländern zu gelangen. Ich habe deshalb im Inhaltsverzeichnis Seitenzahlen hinzugefügt. Die bunte Kurven-Schar zeigt die Sterbeverläufe im jahresüberschreitenden Verlauf. Sehr anschaulich erkennt man, wie sich die winterlichen Übersterblichkeitsspitzen in den einzelnen Jahren zeitlich versetzt darstellen. Hebt sich der als erste Welle bezeichnete Verlauf der roten Kurve zwischen Kalenderwoche 10 und 20 im vergangenen Jahr nur wenig von dem vorherigen Verlauf ab, so ist der Peak der zweiten Welle deutlich ausgeprägter und dauert länger an als in den Vorjahren. Die gelbe Kurve ab der ersten Kalenderwoche 2021 zeigt die Gesamtzahl nach Abzug der Covid-19-Toten an. Ich will das Augenmerk besonders auf die Entwicklung der letzten zwei Wochen von Kalenderwoche 17 nach Kalenderwoche 18 richten, wo sich die Kurve wieder leicht über die Vorjahreswerte erhebt. Vor der Detailanalyse der Sterbeverläufe soll der Blick noch auf die Auslastung der Intensivstationen gerichtet werden. Die angepasste Farbgebung orientiert sich an der 80%-Marke, die für den wirtschaftlichen Betrieb von Intensivbetten erforderlich ist. Diese Karte sowie weitere sehr informative Karten zu Covid-19-Eckdaten in den deutschen Landkreisen und weltweit stellen Mitglieder unseres Teams unter der Adresse corona-karten.com zur Verfügung. Wer nähere Analysen anstellen möchte, kann auch die aus offiziellen Quellen zusammengetragenen Daten tagesaktuell herunterladen und im Kontext untersuchen. Wer das letzte Video zum Europa-Gesamt-Update gesehen hat, dem wird die Gegenüberstellung zweier Tabellen bekannt vorkommen. Links finden sich die Daten zum Zeitpunkt 31. Dezember 2020 und rechts der Datenstand zum 9.05.2021 für Deutschland und zum 18.04. für die Bundesländer. Hier ist der Datenstand im Sonderbericht von D-Statis für die Länder deutlich hinter den Bundesdaten zurück. Aus Sicht des Statistikers ist dies ein merkwürdiges Phänomen, denn die Bundesdaten können ja nur aus den vorliegenden regionalen Daten ermittelt werden, müssten also vorliegen. Hier hapert es wohl an der zügigen Aufbereitung der regionalen Daten für den veröffentlichten Bericht. Gerade für die Beurteilung der Wirksamkeit regionaler Maßnahmen ist meines Erachtens eine schnellere Verfügbarkeit der Daten sehr wesentlich. Ich möchte aus den Tabellen auf folgende Eckwerte hinweisen, die bei der folgenden Analyse besondere Beachtung finden werden. Die Bevölkerungszahl und davon die Anteile der über 65-Jährigen sowie die der über 80-Jährigen. Die farbig hinterlegten kumulierten Fallzahlen und Covid-19-Todesfallzahlen, die in 2021 jahresübergreifend weiter aufsummiert werden. Ich habe jedoch die berechneten Jahreswerte für 2021 extra ausgewiesen. Darunter findet sich die Gesamtzahl der im jeweiligen Zeitraum Verstorbenen. Im blau hinterlegten unteren Teil der rechten Tabelle finden sich die Daten zum Fortschritt der Impfkampagne, auf die ich in diesem Video nicht weiter eingehen werde. Besonders auffällig ist, dass die Fallzahlen der ersten vier Monate bereits über dem Gesamtwert von 2020 liegen und die Covid-19 zugeschriebenen Sterbefälle schon fast den gleichen Stand bundesweit erreicht haben. Aber noch einen weiteren Alarmpunkt setzt der Anteil der Covid-19-Toten an der Gesamtzahl der Verstorbenen, der sich von 4,43 in 2020 auf 11 Prozent mehr als verdoppelt hat. Genau hier will ich mich mit detektivischem Eifer auf Spurensuche begeben. Das Statistische Bundesamt gibt für die Jahre 2017 bis 2019 die prozentuale Verteilung der häufigsten Todesursachen an, die ihr aus den drei linken Säulen im gestapelten Balkendiagramm auf Folie 6 ersehen könnt. Rot hervorgehoben sind die Krankheiten des Atmungssystems, zu denen nun Covid-19 in dieser groben Aufteilung hinzugerechnet werden müsste. Geht man davon aus, dass weiterhin die beiden Haupttodesursachen des Kreislaufsystems und der Krebserkrankungen viele Opfer finden werden, läge allein der Anteil der Covid-Toten in 2020 und 2021 bereits wie in den rechten Balken dargestellt. Sofern nicht Covid-19 bereits das gesamte Spektrum der Erkrankungen des Atemsystems ausmacht, müssten sich in der Summation mit allen weiteren Ursachen entsprechende zusätzliche Todesfälle in den Statistiken finden. Hier beginnt also die kriminologistische Spurensuche. Bevor ich einen Blick in die einzelnen Bundesländer werfe, will ich mit dieser Tabelle auf Folie 7 einen Überblick verschaffen. Im linken Tabellenbereich finden sich die Daten aus dem Jahr 2020 und rechts die bis zum Stichtag in 2021. Um vergleichbare Daten zu erhalten, habe ich die Sterbedaten auf die Bevölkerung so umgerechnet, dass wir jeweils einen Wert für die pro Kalendertag verstorbenen pro 100.000 Einwohner erhalten. Durch das blaue Dreieck habe ich die Spalte gekennzeichnet, nach der die Bundesländer absteigend sortiert wurden. Erstes Resultat der Recherche. In 2020 reicht die Anzahl der täglichen Sterbefälle pro 100.000 Einwohner von 2,72 in Hamburg bis 4,19 in Sachsen und zum Jahresbeginn 2021 von 2,85 ebenfalls in Hamburg bis 5,22 in Sachsen-Anhalt. Ich will nicht in den Fehler verfallen, nun zwischen guten und schlechten Bundesländern zu unterscheiden. Erste Deutungsansätze liefert die Spalte mit dem prozentualen Anteil der über 65-Jährigen. Hier liegt Hamburg mit dem niedrigsten prozentualen Anteil ebenfalls auf dem untersten Tabellenplatz und vor allem die ostdeutschen Länder, die tägliche Sterberaten von über 4 und knapp darunter besitzen, liegen deutlich über 20 Prozent bis zu 25,4 Prozent als Spitzenwert in Sachsen-Anhalt. Da dies Altersgruppen mit dem höchsten Sterbeanteil sind, ist sicherlich hier eine wichtige Spur zu finden, die wir uns noch genauer anschauen werden. Die zweite Auffälligkeit stellt der große Anstieg des Covid-19-Anteils an den Sterbezahlen in allen Bundesländern dar. Spitzenwerte weisen hier wiederum Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt auf. Diesen Anstieg habe ich auf Folie 8 noch grafisch verdeutlicht. Man erkennt insbesondere sehr deutlich die weit herausragenden Balken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am rechten Rand, aber auch Brandenburg lässt sich hiermit noch vergleichen. Es drängt sich die Frage auf, welche Rolle die geografische Lage, aber auch die speziellen Notverordnungen der Landesregierungen in diesen Bundesländern spielen könnten. Um die täglichen Sterbezahlen der Bundesländer richtig einordnen zu können, habe ich auf Folie 9 die beiden Jahre 2020 und 2021 mit 2018 verglichen. Die Rangfolge der drei Jahre fällt sehr ähnlich aus. 2021 liegt tendenziell über 2020 und 2018 ist im betrachteten Zeitraum von März bis Dezember in der Rangfolge fast durchweg niedriger als in den beiden anderen Jahren. Anders sieht die Situation in dem Zeitraum der großen Grippewelle von Januar bis zum 18. April aus, wo bis auf fünf Bundesländer alle übrigen die höchsten Sterberaten zeigen. Man sollte sich somit nicht vorschnell durch den zuerst betrachteten Zeitraum täuschen lassen. Ausschlaggebend ist letztlich die Gesamtjahresbilanz. Ich empfehle euch somit, die Ausführungen weiter zu verfolgen. Es lohnt sich. Schauen wir uns auf Folie 10, nämlich einmal den Vergleich der prozentualen Sterberate der Altersgruppe 65 plus an. Grün hinterlegt sind die Werte, die niedriger als 2020 liegen und rot liegt über dem Wert von 2020. Es sind folgende Besonderheiten festzuhalten. 2019 ist mit Abstand das Kalenderjahr mit den niedrigsten Sterberaten. Nur in Mecklenburg-Vorpommern sind 2020 prozentual weniger Menschen verstorben als in den beiden Vorjahren. Sieben Bundesländer hatten in 2018 in der Altersgruppe 65 plus höhere Sterberaten als in 2020. Optisch verdeutlicht die Grafik auf Folie 11, wie sich die drei Jahreswerte im Vergleich zum Mittelwert aus den drei Jahren verhalten. Ganz besonders auffällig ist die sehr hohe Abweichung zum Vorjahresmittel in Sachsen. Das ist das dritte Bundesland von rechts. Wie schon in der Tabelle zu sehen war, gibt es sieben Bundesländer, bei denen der graue Balken aus 2018 höher hinausragt als der blaue Balken. Wie unterschiedlich sich der Covid-19-Anteil auf die Verteilung der Todesursachen insgesamt auswirken müsste, zeigt das Balkendiagramm auf Folie 12. Covid-19 wird als eine neue Atemwegserkrankung dargestellt. Bei so unterschiedlichen Sterberaten in den Bundesländern müssten die prozentualen Anteile der übrigen Erkrankungen jeweils entsprechend niedriger ausfallen. Wo sich das konkret auswirkt, lässt sich Mangelsdaten zu den übrigen Todesursachen zurzeit nicht feststellen. Der Statistiker in mir fragt an dieser Stelle, wie kann es möglich sein, dass die Covid-19-Daten so umfassend täglich kommuniziert werden und alle übrigen Erkrankungsdaten in der öffentlichen Kommunikation völlig unter den Tisch fallen. Bei einer Bedrohungslage der Volksgesundheit, die unser Leben seit einem Jahr massiv beeinträchtigt und verändert, müssten alle Daten zeitnah aufgenommen und analysiert werden. Gilt es die Gesundheit und das Leben der Menschen zu schützen, kann dies nicht an den Parametern der Fallzahlen, Sterbezahlen und Impfquoten ausschließlich festgemacht werden. Es bestehen sehr große Risiken, Begleiteffekte und vieles andere zu übersehen. Ein Beispiel aus dem direkten Freundeskreis ist der Fall einer jungen Frau, die einen positiven Abstrich auf Gebärmutterhalskrebs hatte und ein Dreivierteljahr auf einen Termin zur Gewebeprobe warten musste. Wie kann es sein, dass Fürsorge nur einem einzigen Krankheitsbild gilt und unglaubliche Ressourcen zum Beispiel auch in Quarantänemaßnahmen von nicht erkrankten Kontaktpersonen gesteckt werden, die dann für die Versorgung anderer Problembereiche fehlen. Wer meine Videos verfolgt hat, wird die Gegenüberstellung von Tabelle und Kurvenverlauf für die ersten 18 Kalenderwochen aus 2021 kennen. Ich habe schon beim Kurvenverlauf auf Folie 3 angemerkt, dass der jüngste Verlauf wieder einen Aufwärtstrend zeigt und seit Kalenderwoche 17 finden sich in diesem Jahr in absoluten Zahlen wieder wöchentliche Spitzenwerte der Sterbezahlen. Auf die Suche nach der dritten Welle mögt ihr euch bei der Betrachtung des Kurvenverlaufs selbst begeben. Die Darstellung auf Folie 14 stellt die täglichen Sterbezahlen seit dem 1. Januar 2021 mit den Covid-19 Toten in Bezug zum grün dargestellten Vorjahresmittelwert. Die blauen Balken im Hintergrund zeigen die täglich gemeldeten Fallzahlen, wobei sowohl die rote als auch die blaue Kurve sehr deutliche Wochenendtäler aufweisen. Bei einem pandemischen Verlauf werden Fallzahlen und Sterbegeschehen nicht am Wochenende Halt machen. Der Trend der Covid-19 Todesfälle geht durchweg abwärts, bewegt sich etwa seit dem 10. März auf annähernd gleichbleibendem Niveau, obwohl die Fallzahlen deutlich angestiegen sind. Im Kurvenverlauf von beigefarbener und grüner Mittelwertkurve sieht man, dass diese etwa seit dem 13. April sich gekreuzt haben und die Gesamtsterbezahlen nun etwas über dem Vorjahresdurchschnitt in absoluten Zahlen liegen. Der zuvor beschriebene Trend eines höheren Anteils an Covid-19 Toten an der Gesamtzahl ist eventuell in den ersten beiden Monaten in der Relation von roter und beigefarbener Kurve erkennbar. Die aus dem RKI-Dashboard bekannte blau-gelbe Kurve will deutlich auf die von Medien und Politik beharrlich verwiesene dritte Welle hinweisen. Beurteilt selbst, ob sich dieser Verlauf auch in der Gesamtsterbekurve wiederfindet. Die übereinanderliegenden Kurven zum Inzidenzverlauf finden sich im PDF-Dokument wie die zuvor gezeigten Kurven für alle Bundesländer wieder. Im Hintergrund sind blau dargestellt die gemeldeten 7-Tage-Inzidenzen, davor hellblau die um die außerhalb des 7-Tage-Zeitraums liegenden Fälle bereinigten Inzidenzen und türkis im Vordergrund die Werte, die nur auf den Fällen beruhen, die als Erkrankung mit Symptomen gekennzeichnet wurden. Der Trend geht seit Ende April kontinuierlich deutlich abwärts. Eine Folge erfolgreicher Maßnahmen, geänderter Teststrategien oder Auswirkungen der Impfkampagnen. Die aktuelle Quote der Doppelimpfungen liegt deutschlandweit bei 12,5%. In einem der nächsten Videos werden wir uns gezielt der Impfthematik widmen. Die Besprechung aller einzelnen Bundesländer würde den Rahmen dieses Videos sprengen. So wähle ich jeweils ein Land aus dem oberen, dem mittleren und dem unteren Bereich der gezeigten Tabellen aus. Zunächst möchte ich die Besonderheiten in Sachsen untersuchen. Als erstes muss hervorgehoben werden, dass Sachsen mit 25% einen der vorderen Spitzenränge bei dem Anteil der über 65-Jährigen einnimmt. Die Tabellen auf Folie 89 zeigen mit Blick auf die Fallzahlen und die Anzahl der Covid-Toten ein ähnliches Bild wie in Deutschland insgesamt. In dem kurzen Zeitraum von dreieinhalb Monaten sind die Zahlen bereits nah an den kumulierten Summen der Vorjahre. Hinsichtlich des Anteils der Covid-Toten an der Gesamtzahl der Verstorbenen ist vom Vorjahr zu diesem Jahr mehr als eine Vervierfachung festzustellen. Ob sich hierfür klare Gründe finden lassen, müssen wir auf den nächsten Folien verfolgen. Die wöchentlichen Sterbezahlen zum Jahresbeginn lagen fast doppelt so hoch wie in den Vorjahren und haben sich erst langsam auf Vorjahresniveau abgesenkt. Der entspannte Verlauf von Kalenderwoche 8 bis Kalenderwoche 12 scheint sich wie im Deutschland-Trend wieder leicht über Vorjahresdurchschnitt zu bewegen. Folie 91 zeigt auch die besondere Dramaturgie der Winterwochen in Sachsen. Die Sterbezahlen insgesamt waren weit höher als in den betrachteten Vorjahren. Es sind hier wiederum die absoluten Zahlen, die ohne Bevölkerungs- bzw. Altersstandardisierung betrachtet werden. Folie 92 lässt bezüglich der Höhe der angegebenen Covid-19-Toten Zweifel aufkommen, da diese am 14. Januar sogar höher ausfielen als die Gesamtzahl der Verstorbenen, was so sicherlich nicht zutreffend sein kann. Eigenwillig ist auch die Synchronität zwischen Fallzahlen und Covid-19-Zahlen, die exakt die gleichen Wochenendaussparungen zeigen. Trotz wieder steigender Fallzahlen bleibt die Covid-19-Kurve im beruhigten, niedrigeren Bereich. Die Meldekurve des RKI in Gegenüberstellung zur Kurve der Gesamtsterbefälle lasse ich auf euch wirken. Die Kernfragen hierzu habe ich bereits bei der Deutschlandkurve gestellt. Folie 94 zeigt erneut den klaren Abwärtstrend der 7-Tage-Inzidenzen. Nun folgt Nordrhein-Westfalen. Das bevölkerungsreichste Bundesland lag in der Tabelle im Mittelfeld. Der Anteil der über 65-Jährigen liegt mit 20% deutlich unter Sachsen. Der Anteil der Covid-Toten am Total hat sich von 3,85 auf 10,19% um den Faktor 2,6 erhöht. In der Impfquote liegt Nordrhein-Westfalen mit 11,7% hinter Sachsen und unter dem Bundesdurchschnitt, was sicherlich der Einwohnerzahl im Hinblick auf die Zahl der benötigten Impfdosen zu schulden ist. Wöchentliche Sterbezahlen, die auch deutlich unter den absoluten Vorjahreswerten liegen und ihr Kurvenverlauf zeichnen ein beruhigtes Bild in 2021, was auch der Kurvenverlauf auf Folie 73 bestätigt. Allgemeiner Abwärtstrend deutlich unter dem Vorjahresmittel zeigen Gesamtsterbezahlen und Covid-19-Tote auf Folie 74 trotz deutlich gestiegener Fallzahlen, die das Niveau des Jahresbeginns wieder erreicht haben. Die Frage, warum die Fallzahlen quasi ein Eigenleben ohne Gegenpart bei den Sterbezahlen führen, bleibt unklar, ist jedoch für die Beurteilung notwendiger Maßnahmen von erheblicher Bedeutung. Welche Korrelationen sich zwischen Fallzahlen und Sterbekurve zeigen, bleibt schwer aufzuzeigen. Hier ist noch die deutlichste Entsprechung bei der ersten Welle im Frühjahr 2020 zu sehen. Erneuter Abwärtstrend bei den Inzidenzwerten auch auf Folie 76 erkennbar. Nun folgt Hamburg. Zwar nur ein kleines Bundesland, aber deutlich auf dem untersten Platz der eingangs betrachteten Tabelle platziert, zeigt bereits in der Tabelle mit dem Anteil der über 65-Jährigen von 17,3% den bundesweit niedrigsten Wert, der nicht ohne Einfluss auf das niedrige Sterbegeschehen ist. Trotzdem geht auch in Hamburg der prozentuale Anteil der Covid-19-Toten am Total auf über 10% im aktuellen Kalenderjahr. Folie 48 zeigt den ab Jahresbeginn deutlich abnehmenden Trend. Die Sterbezahlen liegen seit Wochen unter den absoluten Vorjahreswerten. Vereinzelte Spitzen im jahresübergreifenden Kurvenverlauf lassen sich im Gesamtkontext zu den Vorjahren als insgesamt unauffällig einordnen. Abwärtstrend, trotz auch hier steigender Fallzahlen, zeigen alle übrigen Kurven auf Folie 50. Und ich muss sagen, dass es mir nicht möglich ist, auf Folie 51 die deutlichen fast 4 Wellen bei den Fallzahlen in der Sterbekurve wiederzufinden. Und so bestätigt die Folie 52 das entspannte Bild in Hamburg. Wie immer möchte ich euch zur eigenen Recherche und Analyse mit meinen Ausführungen anregen, wozu das PDF mit den analogen Ausarbeitungen zu sämtlichen Bundesländern reichlich Material bietet. Es bleibt eine große Herausforderung für politische Entscheidungsträger und mediale Berichterstatter, die für das öffentliche Stimmungs- und Meinungsbild maßgebliche Verantwortung besitzen, die entscheidenden Informationen für einen umfassenden Überblick zu finden und zu analysieren. Ich möchte erneut zum Dialog und Austausch über die Analysen einladen. Hierfür lassen sich bei offener, vorbehaltloser Kontaktnahme sicherlich gute Wege finden, für die ich meine über ein Jahr angesammelten Materialien und Analysen in großer Offenheit zur Verfügung stelle. Seien wir uns alle der Verantwortung für die dringend gebotene Verbesserung der aktuellen Situation und für unsere gemeinsame Zukunft bewusst und übernehmen die gebotene Verantwortung. Ich hoffe, dass meine Ausführungen verständlich und informativ waren. Folgende Themen sind für die kommenden Videos und Ausarbeitungen in Arbeit. Die Aufarbeitung der Daten zur Impfkampagne in Deutschland und Europa. Eine zu dieser Arbeit analoge Ausarbeitung zu den Kantonen in der Schweiz und für die österreichischen Freunde werde ich mich auch der Aufarbeitung zu den Bundesländern Österreichs in entsprechender Weise widmen und es liegen zahlreiche Anfragen zur Ausarbeitung zu den amerikanischen Staaten vor. Ich muss schauen, was die Ressourcen hergeben und welche Herausforderungen die weitere Entwicklung auch an meiner Arbeit und die meines Teams stellt. Wenn euch dieses Video und meine Arbeit gefallen, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und tretet der Telegram-Gruppe Real Hero bei, um künftig über weitere Updates und Videos informiert zu werden. Dort findet ihr auch zahlreiche ergänzende Informationen. Auch weitere internationale Themen und Daten werden dort veröffentlicht werden. Ich danke für eure Geduld und Aufmerksamkeit und sage Tschüss.